Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du eine Zufallszahl in Microsoft Excel erstellen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Es kann sein, dass man Zufallszahlen aus unterschiedlichen Gründen benötigt. Dazu eignet sich Microsoft Excel hervorragend. Denn Microsoft Excel ist mit zwei Befehle ausgestattet, mit denen eine Zufallszahl generiert werden kann. Sehen wir uns diese Zufallszahlbefehle mal im Detail an. Dazu habe ich Microsoft Excel geöffnet und habe bereits die Zelle B5 selektiert. Darin gebe ich nun diesen Befehl ein und zwar nennt sich dieser Zufallszahl. Dieser Befehl benötigt keine Argumente und bedeutet, ich kann es mit geschlossener Klammer aufrufen. Ich bestätige mit OK und erhalte nun eine Zufallszahl. In diesem Fall 0,5233. Jetzt ist es so, wenn ich diese Zufallszahl für weitere Zahlen benötige, so werden diese auch generiert. Es kann aber sein, und das ist oftmals der Fall, dass man eine Zufallszahl benötigt in einem gewissen Bereich. Das bedeutet, für diesen Fall gibt es eine weitere Funktion, die Microsoft Excel anbietet. Diese beginnt ebenfalls mit Zufall, aber mit Zufallsbereich. Und dieser Befehl benötigt zwei Argumente. Das erste Argument ist der untere Bereich, in unserem Fall 100, und der obere Bereich. Ich möchte sozusagen meine Zufallszahl einschränken auf 10.000. Anschließend schließe ich diese Klammer und bestätige mit OK und erhalte nun entsprechend diese Zahlen. Wichtiger Hinweis, diese Zahlen werden bei jeder Aktualisierung neu generiert. Möchte man sozusagen diese Zufallszahl statisch oder sichern, dann am besten die Zelle entsprechend markieren und wieder einfügen, aber mit dem Zusatz nur Werte einfügen und erhalte dann entsprechend die Zufallszahlen, in diesem Fall in der Zelle C5, den Wert in den anderen Bereichen, ist noch die Funktion hinterlegt. Wie ihr seht, könnt ihr damit beliebige Zufallszahlen in Microsoft Excel generieren. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach ein Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.